So, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dead Space. So, einer meiner netten Zuschauer hat mir verraten, dass ich solche Kisten mit einem Fußtritt aufmachen kann. Das war der Hasiger 05, wenn ich mich nicht irre. Und jetzt schauen wir mal, was uns hier so erwartet. Wow! Ganz ruhig. Hast du das Verlangen, wieder aufzustehen? Wenn ja, dann jetzt nicht mehr. Okay, weiter geht's. Oh, sein Kopf rollt. Okay, das habe ich glaube ich schon mal gehört von dem. Trinnen Sie Gliedmaßen um die Gegner zu töten, zerstücken Sie Gegner. Wow, was ist hier los? Ich habe Angst. Warum ist dieses Raumschiff so groß? Von außen saß viel kleiner aus. Hier haben wir noch eine Kiste. Alles klar mit ihm. Und was haben wir da? State-Modul. Okay. Gut. So, so, und dann. Zack. Alles klar. Oh. Tür hat aufgehört. Gut. Ich weiß ja nie, wer oder was hier noch aufsteht. Aber ihr jetzt nicht. Ihr habt keine Beine mehr. So einfach ist das. Ja, das kann wieder weg. Danke. Die Tür scheint nicht zu funktionieren, Isaac. Versuch mal das State-Modul, das du gerade aufgehoben hast. Achso. Habe ich schon gemacht. Da ist eine Kiste, die möchte ich gerne haben. Aber hier ist auch irgendwie... Jetzt ist es dunkel. Dunkel gut oder nicht gut? Nicht gut eher, denke ich. Ich, ich, ich. Was, was, was? Oh, es geht wieder. Es geht wieder. Okay. Okay, okay. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Öffnen. Öffnen. Nichts hier. Okay, was müssen wir hier machen? Irgend manuell anbringen, um die... Ich irrege... Oh, mein Gott. Oh, 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 oh. Oh, ist er tot? Scheinbar. Hey, du bist tot. Ha, ha, ha. Okay. Was soll ich hier jetzt machen? Das lässt sich anscheinend öffnen. Sind Credits drin? Hier liegen auch noch so. Gegner? Gegner! Oh, hi! Wow! Sofort ein Stase-Modul. Wenn wir das Scheiß-Ding nicht von den Schienen kriegen, wird es das ganze System lahmlegen. Ich habe ihm jetzt nicht zugehört. Volle Sache. Das Ding scheint anscheinend defekt zu sein oder so. Können wir irgendwo runter? Kann ich springen? Kann ich springen? Nee, ich kann nur treten. Springen ist in diesem Spiel vollkommen überbewertet. Soll ich das jetzt hier gegen klatschen oder was? Scheinbar nee. Was soll ich denn jetzt machen? Was soll ich denn jetzt machen hier? Das ist der Astro, da kann ich mich aufladen. Okay. Ähm, was kann man manuell anbringen, um die Reparatur zu beginnen? Was soll ich das denn tun hier? Ich reg mich gleich hier auf. Das geht gar nicht. Okay. Vielleicht muss ich einfach nur schneller als dieses Ding sein. Nein. Das klappt nicht. Was soll ich denn jetzt machen? Sowas liebe ich ja an Spielen. Hier gibt es nichts. Hier gibt es nichts. Du, du stehst nicht wieder auf. Danke. Ja. Damit sind wir dann auch am Ende von Dead Space. Dieser Raum ist unbezwingbar. Mann, irgendwie muss es hier doch weitergehen. Kann doch nicht sein. Irgendwie. Können wir hier und dann... Ich gebe mir meine Information da. Durch. Nee, ich will da oben. So war das genau. Mission. Effekt der Wagen ersetzen. Ein Effekt der Wagen blockiert das gesamte System. Scheinbar sollte er in die... Allerdings wurde er in... Ja und was soll ich jetzt... Was soll ich jetzt... Machen? Ich weiß, ich gehe hier wieder raus. Ich gucke mich um, ob es irgendwo eine Lösung dafür gibt. Oh, interessant. Energie-Container erhalten. Mal sehen, vielleicht geht es ja hier irgendwo noch lang. Da geht es nicht lang. Da ist ein Speicherpunkt. Hier geht es noch lang. Toiletten. Toiletten sind immer gruselig. Hallo, ist hier jemand? Scheinbar nicht. Okay. In die... Herrentoilette. Ist jemand in der Herrentoilette? Nein. Auch nicht. Aber dafür gibt es hier... Items. Oh, oh, oh. Achso, das war das Fass. Okay, das war das Fass. Das war das Fass. Was gibt es denn hier? Credits. Okay. Da kommen wir her. Da geht es nicht weiter. Scheinbar müssen wir hier lang. Scheinbar. Äh, es kommt die gruselige Musik. So, ba-bam. Du gehst da ran. Ist gut oder schlecht? Was steht da oben? Manueller aus. Nötig. Okay. Und du gehst da gar nicht erst, ne? Du hast da gar nichts. Also, nötig. Und wieder weg. Brilliant. Oh mein Gott. Was soll ich denn jetzt machen? Ich bin vollkommen überfordert hier. Ich geh nochmal raus und wieder rein. Öffnen. Los. Sesam, öffne dich bitte. Danke. Sesam, schließe dich bitte. Danke. Jetzt wird das Ding zurück. Aha. Ja, ja. Gruselmusik kommt wieder. Machen wir mal den hier zuerst. Machst du das gleiche? Ja. Nur dein Kumpel da spielt verrückt. Was liegt denn da unten? Ach, ein Arm. Ich soll doch jetzt irgendwie... ...das Ding hier benutzen. Aber wo soll ich das benutzen? Jetzt haben wir hier einen langsamen Kopf. Buh, 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 buh. Gut, ich werde mal eben die Aufnahme anhalten und herausfinden, wie es jetzt hier eigentlich weitergeht. Bis gleich. So, Leute. Ich habe herausgefunden, wie es... ...wie es jetzt funktioniert. Man muss diesen Arm einlocken. Quasi da vorne einhängen lassen. Und dann... ...geht man zu diesem Arm. Lass ihn das machen. Macht so. Und... ...freest die. Und jetzt geht man hier hoch und drückt. Und fertig ist die Geschichte. Ich bin jetzt mal in meiner Haltung. Der Monorail-Waggon wird ersetzt. Bitte warten. No, und du hörst da draußen was rumkriechen. Wow! Mein Gott! Bam! In die Fresse! Babams! Wo kam er denn her? Oh mein Gott! What? Wo habe ich ihn gegengeschlagen jetzt? Heftig. So, und jetzt? Was darf ich jetzt tun? Was? Waggon-Ersetzung abgeschlossen. Wundervoll. Jetzt nehme ich an, darf ich hier wieder rausgehen. Ich muss sagen, ich habe mich gerade schon ein wenig erschreckt. Ein bisschen. Ich höre doch... Wow! Das ist wieder... Ja, ja, ja. Komm doch, komm. Komm, komm. Hä? Was willst du? Was? Hä? Hier! Nimm das! Hier! Da! Ja, jetzt weinst du, ne? Ah, bist weg. Okay, bist weg. Ja, schön. Ich hoffe, du bleibst noch weg. Okay, hier ist noch verschlossen. Muss ich jetzt wieder zurück, wo ich hergekommen bin? Oder was ist los? Gehen wir einfach mal zurück. Zack. Danke. Gut, hier ist nichts. Wieder aufgeladen. Zack. Dann müssen wir wohl nicht hier lang. Sondern wir müssen... Ich weiß nicht, wo wir lang müssen. Das deprimiert mich, um ehrlich zu sein, gerade ein wenig. Müssen wir hier irgendwas machen? Müssen wir jetzt noch mal austauschen? Ja. Oh, scary Raum. Hier gibt es doch nichts mehr, oder? Höre ich mich. Verdammt. Das ist so ein großer Nachteil an Blind Let's Plays. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Und auf was ich tun muss. Ich weiß jetzt auch nicht, was ich sagen soll. Außer, dass ich gerade ziemlich planlos bin. Ich würde es gerne jetzt... Das Spiel jetzt... Oh, das geht ja sogar. Ungerne nochmal schneiden. Geht's hier weiter? In den Toiletten? Wer weiß. Wer weiß. Vermüß dich, Toilets. Nein. Hier geht's nicht weiter. Okay. Dann würde ich sagen... Da hier alles verschlossen ist... Warte. Ich habe ja dieses Ding. Moment. Das habe ich. Ah, okay. Geht doch da lang. Ja, ja. Gut. Gibt nur einen Weg. Stimmt. Das habe ich ja auch noch. Oh, die Tür. Die Tür. Die Tür. Geh auf. Danke. Wo soll ich lang? Ich soll ganz da zurück? Okay. Oh, hi, mein Freund. Oh, hi. Sein Freund. Gut, das war's. What? Geh weg. Geh von mir runter. Du bist eklig. Du hast bestimmt keine Freunde. Mitnehmen. Uh, ich kann... Ih, ich kann seinen Körper rumdrehen. Okay. Dö, 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 dö. Muss ich hier lang? Ja. Schauen wir mal, wo die Platine ist. Irgendwie sehe ich schon cool aus. Ja, ich im echten Leben natürlich auch. Aber der Typ im Spiel sieht auch schon cool aus. Da lang. Alles klar. Okay, der Aufzug geht jetzt. Oder war das gar kein Aufzug? Doch, das ist ein Aufzug. Okay. Aufgabe in aktiv. Gehen wir mal hier raus. Schon wieder so im Raum. Erstmal in die Decke gucken. Oh, hi. Nimm das. Dö, 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 da. Du kommst hier nicht her. Du hast ja noch so einen Kollege von dir. Ba-bams. War das dein Kopf? Oh, du lebst ja noch. Okay, okay. Sonst noch wer? Sonst noch wer? Ih, du lebst ja immer noch. Hu, hu, hu. Ihr seid schon mies. Wurru. Ih, ja, dieses Rumtreten ist so widerlich. Wurru. Ey, dieses ist auch irgendwie mies. Okay. Gehen wir hier lang? Ja, lass mal. Wir gehen mal hier lang. Mal gucken. Was ist das? Irgendwas, was ich rumtreten kann. Okay. Oh, 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 oh. Das sind ja mehr als einer. Boom, boom. Boom. Mein Freund, boom. Bist du tot? Ja, du bist tot, ne? Gut. Oh, hi. Mensch. So viele von euch. Und so was so. Oh, das sieht immer so. Meine Güte. Okay. Was geht hier ab? Party? Was ist los, Leute? Hä? Wollte ich mit mir anlegen? Ich bin bei allen, für allen. Scheiß, Arztbau. Ich rechne mit allen. Hier irgendwas? Nein. Okay, benötigt eine Karte. Dann werden wir diese Karte jetzt suchen gehen. Ich zeige sogar darunter. Okay. Da lang. Ah, okay. Da rein. Mach Tür zu. Bitte. Bitte. Da muss ich jetzt den Aufzugknopf drücken. Na klar. Hier liegen schon wieder Leichen. Wuh, du, 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 du. Mein Freund. So was endet immer schlecht. Hallo. Was habe ich hier jetzt aufgesammelt? Egal. Hauptsache, er ist tot. Ah, da. Ich habe keine Lust, das zu lesen. Muss ich es lesen? Nein. Was haben wir hier? Okay. Okay. Aha. Okay. Wuh, du, 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 du. Wo kommst du denn her, Mann? Wo kommen die überhaupt alle her? Er kommt aus, alle aus dem Nichts und wollte mich fressen. Da hinten ist noch eine Kiste. Hier ist noch ein Schränkchen. Okay. Badams. Was liegt da? Geld. Geld ist gut zu gebrauchen, nehme ich an. Ich weiß schon noch nicht, wofür man Geld braucht, aber... Ich werde, das ist wichtig. Ich weiß immer noch nicht, wie man diese Richtung wechselt. Da, 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 da. Brav. Okay, jetzt nehme ich an zur Tür. Zu dieser Tür. Öffnen. Na, wo seid ihr, ha? Wo seid ihr? Okay, gibt es hier einen Speicherpunkt? Werkbank E, Energiekrone sammeln. Okay. Werkbank. Version 4.1, okay. Kann ich das verbessern? Ich würde gerne das verbessern. Was, was? Ah, okay. Ich sehe. Krab. Nachladen. Schaden. Keine Angriffe sind Knoten entdeckt. Ach so, ich muss hier erstmal... Keine Angriffe sind Knoten entdeckt. Muss den erstmal, kein... Muss den erstmal kaufen. Ja. Wie viele kann ich denn kaufen? Ach, nur einen, okay. Alles klar. Bö, 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 bö. Was ist hier los? Gibt es hier keinen Speicherpunkt? Was haben wir hier in dem Schränklein? Mittlere Medizin. Jetzt können wir hier noch was verbessern. An unserer schönen Bergbahn. Bergbahn 4.1. 4.1. Würde sagen wir Trefferpunkte, Luft, Energie, Dauer. Ja, wir machen unser Rig besser hier. Kein Angriffe. Ich kann den Duft verbessern. Nee, dann will ich es noch nicht verbessern. Dann verbessere ich das hier. Was ist Kapazität? Ja, Kapazität verbessern wir einfach mal. Auch wenn ich nicht weiß, was das ist. So genau. Heute kriegt ihr mal eine ziemlich lange Folge, so wie das aussieht. Oh, oh, oh. Was, was ist hier los? So, wo ist... Oh. Jungs. Ihr lernt nicht dazu. Das ist nicht gut als Alien. Oh, du hast ja was fallen gelassen. Munition. Munition brauche ich immer. Okay, zu der Tür. Was? Gewick, du! Verdammt. Seist du. Mach auf da. Danke. So. Auf geht's. Mir fehlt die Fahrstuhlmusik. Oh, Mann. Ich werde ab jetzt eine... Du, 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 du! Hast du mich erschrocken, du Sau! Ich werde ab jetzt versuchen, eine Dead Space-Folge 20 Minuten lang zu machen. Erstmal gucke ich hier rum. Okay. Da würde ich sagen, ihr habt genug gehabt für diese Folge. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Sogar 22 Minuten. Bis dahin. Europophan. Ich werde festeues dann.